ja herzlich willkommen zurück leute hier auf meinem kanal hannesspielergalaxie zu meinem projekt besser gesagt also besser ausgedrückt zu meinem let's play von pokémon schwarz nintendo ds ja es gab im part 5 eine kurze unterbrechung ich musste leider aufhören und deshalb machen wir das jetzt zweiteilig sowie bei dem part 3 den habe ich auch zweiteilig gemacht ja zurück zu unserem arena kampf also arena leiter wir haben immer noch eugen gegen wege mag wer wird diesen kampf für sich entscheiden wird es hannesspielergalaxie mit sein mega starkes eugen pokémon bzw feuer pokémon besser ausgedrückt schaffen oder wird es bernie mit seinem mega starken wege mag vom typ pflanze schaffen ja ich denke wir probieren noch einmal eines schon ich hoffe dass ich die attacke richtig ausspreche eines schon ja funktioniert natürlich ich denke jetzt ist es zeit für einen drang ich denke dass der arena leiter auch einen drang einsetzen wird wir haben immer noch sieben tränke wenn ich selbst dran kein ja was habe ich gesagt auch hannesspielergalaxie setzt einen drang ein so ja probier mir silberblick damit mir die verteidigung unseres gegner pokémon schwächen können ja ich muss sagen bennys wege mag ist richtig zäh eigentlich das ist eines schon überlebt aber es gibt ja auch einen vier-level-unterschied denn ich bin im vier level schwächer als sein wege mag aber da haben wir den sieg einen volltreffer noch dazu das ist die power von eugen ja wer eugen erreicht level 11 und wir haben somit noch ein level aufstieg astor level 8 aber leider hat ist china nicht mehr geschafft aber das macht nichts mehr können sie ja wiederbeleben dank den großartigen pokémon center was ist jetzt los moment okay jetzt geht es ich bin sprachlos du bist ja echt total stark mike und colin hätten gegen dich auch kein land gesehen wenn du meinst dann freut mich das ja leute let's go wir haben unseren ersten orden erreicht hannesspielergalaxie erhält von benni den trio orden ja der erste orden von pokémon schwarz ist der trio orden so die arena orden sind ein zeugnis für die stärke des trainers besitzt du einen orden befolgen auch im tausch erhaltende pokémon bis level 20 deine befehle und das hier ist ebenfalls für dich oh wir bekommen noch was jawohl das ist die tm 83 kraftschub ja kraftschub wie gesagt stärkt den spezialangriff und den normalen angriff in dieser tm 83 befindet sich kraftschub setzt du kraftschub ein werden dein angriff und dein spezialangriff stärker ja genau das was ich gesagt habe technische maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen ja das hat mir der trainer schon in der trainerschule gesagt aber danke für den tipp nochmal so wir haben den ersten orden was für ein fantastisches feeling leute hä was ist denn jetzt los wer ist denn das okay wartet mal machen wir hier eine bessere sicht dass man das ein bisschen besser lesen kann tata ich bin vivian professor esche hat mich gebeten dir und deinen freunden etwas zu geben du folgst mir am besten okay das macht der charakter automatisch ich brauche nicht mal was machen vivian ihr wollt also alle pokémon in der einhallregion treffen nicht wahr ja eigentlich schon oh zur treppe bitte hier entlang ja zur treppe ich sage oft statt treppe seppe keine ahnung wieso das habe ich als kleines kind schon so oft gesagt okay machen wir hier oben wieder eine bessere sicht mein zimmer ist hier oben bitte komm doch mit drauf äh ja natürlich macht der charakter das wieder automatisch ich brauche nichts machen okay jetzt haben wir wieder hier unten was ich stelle mich am besten nochmal vor mein name ist vivian wie du sehen kannst bin ich wissenschaftlerin bei meinen forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem pokémon training mit professor esche bin ich schon seit unserer studienzeit befreundet sie hat mich gebeten auch zu unterstützen sie hat mich gebeten euch okay nicht auch sondern euch euch zu unterstützen und das tue ich dann auch gleich mal ich habe statt den also statt den e ein a gelesen und jetzt dann habe ich nochmal hingeguckt ja euch deshalb habe ich falsch gelesen naja zurück zum text und das tue ich dann auch gleich mal hier das sollte sich als nützlich erweisen eine versteckte maschine oh wir bekommen hannes spielegalaxie erhält das item vm01 zerschneider 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 jawoll das ist das item was ich gebraucht habe um den bush zu zerschneiden beziehungsweise den baum ja ich habe eine neue attacke um meinen rivalen zu schlagen besser gesagt diesen baum ja die pokémon können auch attacken erlernen die außerhalb des kampfes einsetzbar sind mit dieser vm kannst du deinen pokémon die attacke zerschneider beibringen mit der man kleine bäume fällt und genau wie die technischen maschinen kannst du die versteckten maschinen so oft benutzen wie du willst toll oder toll was allerdings ist es schwierig mit einer vm erlernten attacken wieder zu vergessen ja das ist natürlich der nachteil an vm attacken ah und dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen gefallen bitten ja um was geht es denn wenn ich helfen kann helfe ich eben in der nähe von orion city liegt die sogenannte traum brache ja da war ich eh schon dort findet man ein pokémon namens ume an welches den traumdunst absondiert und dem will ich mit hilfe dieses dunstes steht uns nämlich die spinzigro zur verfügung wir sind in der lage die daten verschiedener trainer zusammen ok das ist echt geil bist du ein trainer dann moment mal jetzt haben wir hier oben wieder dann verwendest du doch sicher ab und an dem pc heißt das nicht ab und zu aber egal im pc im pokémon center ich verwalte die boxen und mein name ist rubina sag mal weißt du über die kampfbox bescheid kampfbox ah die dinger mit der kampfkamera ja großartig in der kampfbox kannst du die pokémon registrieren die du häufig in kampf einsetzt äh ach so ich dachte das wäre das mit der kampfkamera und so gewesen ok ich glaube das ist dasselbe wenn ich mich nicht irre ja warte mal zu meinem pokémon ich war noch nicht im pokémon center oh mein gott wir haben noch nicht einmal china wiederbelebt ich wurde ja gleich aus der arena rausgekommen aufgehalten ja dann haben wir noch schnell die pokémon und dann machen wir uns noch auf zur traumbrache ich wollte die eigentlich im nächsten part machen im sechsten part noch mal aber wir können ja noch hinlaufen dort und schauen was passiert weil ich wollte den arena leiter part eigentlich einzeln machen aber da mir was dazwischen kommen ist musste ich leider aufhören die aufnahme abzubrechen also ich musste aufhören deshalb habe ich die aufnahme abgebrochen und deshalb mache ich das jetzt auch so zweiteilig wie den dritten part beim dritten part weiß nämlich das gleiche dass ich aufhören müsste ok aber machen wir hier mal den baum noch kaputt dazu brauchen wir eine vm die sich zerschneider nennt ja hier haben wir natürlich die vm wieder wir müssen uns natürlich überlegen welchen pokémon ich die vm beibringen möchte ich denke ich bringe es astor bei denn astor hat bis jetzt nur drei attacken gehabt und außerdem werde ich mit astor sowieso bis zum ende der story im team sein also astor wird immer in meinem team sein das habe ich damit gemeint ja ich möchte zerschneider einsetzen astor hilf mir mal danke astor was denn jetzt los oh bell oh eine spielegalaxie sucht du auch nach dem mysteriösen pokémon äh ein mister ist es pokémon ah ich glaube sie meint somian was denn jetzt los oh hast du auch gerade dieses geräusch hinter der wand gehört lass uns nachsingen gehen äh ich habe eigentlich gar nichts gehört ich habe ja auch den ton aus ah ja kein wunder oh oh mein gott ist das nicht so ein somian ja ich glaube schon ich glaube somian war ein pokémon von typ psycho wenn ich mich nicht täusche hey warte da haben wir ja ein somian los stoß schnell deinen traumtunst aus somian hum ham oder hum was auch immer das bedeuten soll bell moment mal wer seid ihr typen was macht ihr hier wer wir sind wir sind tag und nach dem einsatz um die armen pokémon vor dem joke der törichten menschen zu befreien wir sind team plasma team plasma ist unser name was wir hier machen die pokémon somian und somivora stoßen den sogenannten traumtunst aus der allerlei träume beschert mit diesen traumtunst werden wir endlich die pokémon von ihren joch befreien die pokémon von ihren joch befreien was ist denn das bitte für eine seltsame rede naja zurück zum text wir müssen den menschen auf der ganzen welt nur einen traum zeigen indem sie alle ihre pokémon freilassen team plasma hey wird's bald mit dem traumtunst tretet ihr das pokémon etwa damit an den traumtunst absondiert wie grausam wieso tut ihr sowas ihr seid doch auch trainer team plasma so ist es wir sind auch pokémon trainer doch im gegensatz zu euch kämpfen wir um die pokémon zu befreien und wie befreien wir die pokémon indem wir kämpfe gewinnen und den trainer dann ihre pokémon wegnehmen genauso werden wir euch werden wir auch euren pokémon die freiheit schenken waaah hanesspielegalaxie hilfe alter team plasma seltsamer name und seltsame rede echt sie wollen die pokémon befreien nehmen die pokémon von trainern weg und sagen sie würden die pokémon befreien obwohl die pokémon doch gar nicht von dessen trainern befreit werden wollen sondern sie wollen gemeinsam mit ihren trainern leben zumindest denke ich das ja was auch immer los tina setz silberblick ein alter das kann nicht wahr sein oder das nagellotz ist schon wieder um ein level höher wie meine tina wie wärs mit tackle äh oh gott ich hab nen riesen fehler gemacht ich hab nen riesen fehler gemacht ok ne hab ich nicht wenn ich noch einmal tackle einsetze dann ist das nagellotz kaputt besser gesagt das nagellotz ist besiegt nagellotz hat den fehler gemacht nicht ich naja hätte tina das verfehlt dann wäre ich wahrscheinlich drauf gegangen mit tina ja tina ist auf level 11 gestiegen äh level 10 sorry ich dachte sie war schon level 10 ne sie war noch level 9 hast du den kampf gegen ein kind auf die leichte schulter genommen wie denn auch sei jetzt komme ich ok team plasma zeigt mir was sie drauf hat oh das da steht rüppel und das ist eigentlich eine sie naja was auch immer wir werden das schon schaffen oder tina wir können das wir fangen an mit silberblick tina setzt silberblick ein ja leute ich weiß nicht wie es euch geht bei team plasma aber ich finde team plasma ein wenig seltsam vor allem die rede vorhin die war echt seltsam nein nicht schon wieder sandwirbel jetzt wird in tina wieder meine attacken verfehlen beziehungsweise ihre attacke nicht meine komm schon tina du schaffst das jawohl tina ist so loyal mir gegenüber tina erreicht schon level 11 wo das ist aber schnell gegangen Team Plasma sagt, das gibt's doch nicht, wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traumtrunst unbedingt. Alter, hat ja gerade der Somiam getreten, wie wär's, wenn ich dir mal in den Arsch trete, was ein respektloses Schwein, Alter. Wird's bald, stößt du wohl endlich den Traumtrunst aus. Bell, Bell sagt, hör schon auf. Ja, hör endlich auf, du verdammte Sau, Alter, sorry der Krachausdruck, aber das ist ja nicht normal, wie kann man ein Pokémon treten und von Freiheit reden? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der endwürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Zies, der einen Anhänger um sich schart oder mit Beschönigten reden, die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Zies, der erbungslos straft. Wenn man versagt hat, wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Was für Feiglinge, Alter. Oh, ist das nicht die Weiterentwicklung? Oh, was, was war denn das gerade? Dieser GCS ist mal so dort. Dem war doch nicht echt, oder? War das vielleicht noch ein Traum? Ja, ich denke, das war ein Traum. Das war so ein sogenannter Traumtum vom Somiam, denke ich mal. Und dieses Pokémon. Wah! Warte. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somivora? Somivora, Scha? Somiam, Scha? Was ist hier passiert? Well, oh Vivian. Also das war zuerst das Somiam, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann, verstehe, Somivora ist die Weiterentwicklung von Somiam, weißt du? Und als es merkte, dass das Somiam in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum erscheinen zu lassen. Traum, der das Somiam rettet. Einen Moment mal. Ist das... Was ist denn das? Ist das etwa der Traumtum? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Hannes, Spielegalaxie, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von ihm suchen gehen. Jupp, das werden wir aber im sechsten Part machen, Leute. Ja, Leute, das war's dann wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und folgt mir weiterhin auf meinen Kanal für weitere Videos. Ja, wir sehen uns dann im sechsten Part von Pokémon Schwarz wieder. Ja, dann haut mal rein, Leute. Ja, natürlich werden wir den Spielstand noch abspeichern. Ja, Leute, dann sehen wir uns dann im sechsten Part, wie gesagt, im nächsten Video von Pokémon Schwarz. Hier auf meinem Kanal Hannes, Spielegalaxie. Haut rein und ciao, ciao, ciao. Ciao.